Ich fang jetzt einfach mal an. Bereit, wenn du es bist? Ja, bereit, wenn du es bist. Okay, ich hab den sonst vergessen. Sekunde, wir haben es gleich. Hallo? Professionell. Hallo. Hallo und herzlich willkommen. Wir wollten uns einfach nur mal bei euch melden und euch schöne Feiertage wünschen. Und euch ein schönes Weihnachtsfest, so nachträglich. Hoffentlich habt ihr sie genauso gut verbracht wie wir. Wir sind ja jetzt zusammengezogen. Total romantisch. Und der Kameramann guckt skeptisch. Schau mal. Das alles ist gar kein Problem. Ja, wir wollten uns eigentlich nur melden und eigentlich schon mal für das Jahr 2016 eine kleine Ankündigung machen. Korrekt. Und ja, was wollten wir eigentlich ankündigen? Dadurch, dass wir jetzt dann in der Nähe voreinander wohnen, ist eigentlich geplant, dass Let's Plays stattfinden. LPTs. LPTs stattfinden. Wo wir uns eben auch treffen und gemeinsam eben vor Ort aufnehmen. Wir dann so nebeneinander sitzen. Oh, willst du laufen? Willst du dir durch die Tür gehen? Oder soll ich das tun? Sie wird die WS übernehmen und ich das ARD. Und dann gucken wir einfach mal, was davon klappt und was nicht. Die Maus, ja, da hat keiner dran gedacht. Das macht der Kameramann. Das macht der Kameramann dann bestimmt ganz gut. Sieh mal nach links. Nein, das andere links. Jedenfalls. Er ist etwas überfordert. Jedenfalls werden wir Spiele spielen, wie zum Beispiel ein Wimbled-Spiel, was wir schon sehr lange planen, aber auch das lang gefürchtete Outlast. Sie guckt dann von der Tür zu, hat sich schon gesagt und versucht mir dann von dort zu sagen, wo eine Batterie liegt und ich darf mich durch die Gänge bewegen. Ich werde mich mal politisch korrekt machen. Ich bin wie so ein Schwarzer im Kino. Geh da nicht rein! Und dann gucken wir einfach mal, was dabei klappt und was nicht klappt. Ansonsten, unsere Let's Plays werden weiterlaufen. Dennoch werden wir einen Channel eröffnen, wo wir eben diese gemeinsamen Let's Plays veröffentlichen. Das ist dieses MiMiLPT. Der eine oder andere hat es vielleicht schon bei Facebook oder bei YouTube gefunden. Oder bei Twitter. Oder bei Twitter. Eine Homepage ist in Planung, wo wir das alles veröffentlichen, wo wir aber auch unsere einzelnen Channel verknüpfen. Ja, die neuesten Videos immer von uns hochstellen. Genau. Mit Out-Hacks dann von dem gemeinsamen Spielen. Genau. Soll wir einen Überblick haben. Das wird alles ziemlich spannend. Aber wir können halt noch keinen genauen Termin ankündigen. Wir werden einfach gucken, wie weit wir vorankommen. 2016. 2016 irgendwann. Hoffentlich. Zu Weihnachten. Zu Weihnachten. In einem Jahr sehen wir uns wieder. Und die erste Folge raus. Ja. Das klingt nach uns. Nein. Ja. Ansonsten. Was wird es sonst noch Neues geben? Gamescom. Die Gamescom. Ist ja nächstes Jahr auch wieder. Sie haben sie noch nicht beendet, nur weil ich da war. Da wird wahrscheinlich auch so ein bisschen vom Merchandising starten. und wir werden uns da wahrscheinlich was cooles einfallen lassen, dass da eben doch ihr gefragt seid, dort mitzumachen und vielleicht so ein paar Gimmicks zu verteilen und einfach mal zu gucken, ob wir die Community nicht noch ein bisschen erweitern können letztendlich. Ja. Aber das ist alles noch in Planung. Da wird es noch nähere Infos geben. Wir werden erst mal ins neue Jahr rutschen. Ja. Wir wollten euch dabei auch noch schöne Silvester wünschen. Eine schöne Silvesterfeier. Und verschießt reichlich Euros. Schön in den Himmel. Mit sich's lohnt. Oder so. Denkt dabei an uns. Vor allem an. Schnell weiterreichen. Ja. An unseren geliebten Kameramann. Der es, obwohl er schon ganz schön getrunken hat, gut halten kann, muss ich mal sagen. Das sieht nur so aus. Wahrscheinlich zittert es dann doch etwas. So ungefähr. Unser Kameramann ist inzwischen in den Stuhl. Weil er inzwischen weggegangen ist. Nein. Nein, doch nicht. Und wir werden nicht rot. Das ist dir das Licht hier. Nein, das ist auch nicht der Alkohol. Es ist nur die Wärme und Aufregung, weil wir so verdammt schüchtern sind. Ja, und weil wir jetzt zusammenziehen. Mhm. Oh ja, mach weiter. Wir müssen jetzt bei die Kamera abschalten und heftig rummachen. Von daher, ja. Ihr wisst ja, sie muss mich ja noch ablecken. Oh nein. Nein. Das hatte ich eigentlich ohnehin geplant. Es ist jetzt blöd, dass du damit rechnest. Ich wollte einfach nur sagen, dann müsste ich noch etwas Besonderes machen. Einmal so quer drüber. Darf ich dich nicht anlecken? Nur mal kurz. Für die Zuschauer. Nur so ein bisschen. Nur die Spitze. Nur wenn ihr alle folgen, guckt ihr auch mit mir und mir. Die LPT bei YouTube wahrscheinlich. Ihr müsst dann alles gucken. Ja? Dann gibt's noch mehr davon. Äh, nein! Ich glaub, wir haben ja, da wird's richtig. Also, da leck ich nicht nur ihr Gesicht. Okay, es klingt falsch. Darf ich? Oh mein Gott. Ich wehre jetzt einfach mal. Oh mein, es schmeckt so mäßig. Feucht und nass. Ah, feucht und nass. Hab ich ja auch so eine raue Zunge wie deine Katze? Nein. Nein. Wir verlegen das jetzt ohne Kamera. Ey, du bist so rot wie deine Haare. Das passt nicht. Ich bin so aufgeregt. Naja, und wir sehen uns das nächste Mal. Spätestens im neuen Jahr sehen wir uns dann halt wieder mit frischen Aufnahmen. Hauptsächlich auch, also erstmal von uns. So alleine auf unseren Channel. Genau. Wisst ihr ja. Lady Mirabel, LP und Blue Rose Missouri. Ja, von daher. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, schönes Silvester. Tschüss!